Radio SAW. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. The Stranglers. Always the Sun. Wie oft bist du aufgewacht und hast für Regen gebetet? Wie oft hast du gesehen, wie die Zeitungen den Schuldigen nennen? Wer kann das sagen? Wer kann arbeiten? Wer kann spielen? In der Schule wurde mir gesagt, dass jeder das Gleiche bekommen sollte. Wie oft wurde dir gesagt, wer nicht fragt, der bekommt auch nichts. Wie viele Jungs haben dein Geld genommen? Deine Mutter hat doch gesagt, du sollst nicht wetten. Wer hat den Spaß? Ist es immer der Mann mit der Waffe? Da ist immer die Sonne. Immer die Sonne. Immer und immer die Sonne. Wie oft hat der Wettermann dir Geschichten erzählt, die dich zum Lachen brachten? Du weißt, dass nicht nur Politiker und Führer Dinge nur zur Hälfte erledigen. Wer bekommt also den Job, den Knopf zu drücken? Da ist immer die Sonne. Immer die Sonne. Immer und immer die Sonne. Verdammt verwirrendes Zeug, aber irgendwie bedrückend und beängstigend. Und vielleicht wird alles klarer, wenn ihr es immer wieder hört. Auf Radio SAW.de Da sind alle Folgen drin von Was heißt das auf Deutsch? Hier aus der Classic Show. Und natürlich auch die Stranglers. Mit Always the Sun. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land. Superhits